Du musst dir noch viele Seelen-Abststände machen. Du entwischst dir sie viel, sagt er, ne? Du musst dir mehr, wie er sie viel sagt, und so mehr Seelen werden gerettet. Stimmt das, ja? Sagt die Wahrheit im Namen des Dreibaldigen Gottes. Im Namen des Dreibaldigen Gottes sagt die Wahrheit. Im Namen der Allerselligsten Jungen Gott. Je mehr ihr sie viel sagt, und so mehr wird sie retten. Sagt die Wahrheit. Im Namen des Dreibaldigen Gottes sagt die Wahrheit. Im Namen des Dreibaldigen Gottes sagt die Wahrheit. Im Namen der Allerselligsten Jungen, Frau Maria. Seid die Wahrheit. Sie haben alle heiligen Engel. Aber die Prüfung schaffst du nicht dafür. Sagst du mir die Sauersnase, die versuchte? Aber was? Aber der Saupie ist da. Die Jungfrau wird sie schützen und wird dich vertreiben, dass du dir nicht schaden kannst. Sie steht unter dem Schiff, unter dem Schiff, der allerdings im Jungfrau. Und da kannst du nicht ran, nur so weit, wie du dich lässt. Hey, sag mir den Namen. Weil ich, der Juden und der Nero, der Kain und der Hitler fügst immer. Und das ist der Sechste? Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr dazu gelogen. Dank Nacht. Oh, wenn, 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 nichts. Wenn? Wir gehen im Schnitt raus. Bis dann. Aber dann geht ihr raus. Dann müsst ihr raus. Und warum kraftst du denn? Im Namen des Dreivaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Bege ich dir, sagt die volle Wahrheit. Der Vater der Lüge sagt die Wahrheit. Mit Judzius Moralizic, die jedes Knie in sich beugt. Der Lopum Domino Jesu Christo, die Frau Homine Sandzinen Sohnes Sacrificium Brudit. Die, wo das Scheiß, das Scheiß, die gebaut hat, da draus, da und Schibach, ja, und wo, oh, oh, die Scheißding, da, wo du da oben bist, Rassi. Was ist mit dem? Na, die, die das gebaut hat, die du sagst. Ja, was ist mit der? Die, 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 die hilft da ganz weit. Die hilft da ganz weit. Sehr. Ach, das ist Bescheid. Die Barbara Weigand, die Barbara Weigand, die Barbara Weigand, die hilft da ganz weit, die hilft der Anneliese. Also, Vater, der Lüge sagt, die volle Wahrheit im Namen des Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Barbara Weigand, die Barbara Weigand, möge sich bewachen, möge die Anneliese alle Zeit helfen. Aber nein. Die Barbara Weigand, die Barbara Weigand, die Barbara Weigand, wird Anneliese helfen. Im Namen des Dreifaltigen Gottes und der Allerselischte, Jungen Frau Maria, sagt die volle Wahrheit. Es handelt sich um ein Stück Papier, auf dem Barbara Weigand ihren Namen geschrieben hat. Fürchtest du das Papier? Ist das dir unangenehm? Fürchtest du dieses Papier? Warum willst du es zerreißen? Warum hast du dieses Papier nicht? Warum? Weil es von der ist. Von der? Von der, von der die rieb da oben ist. Aber es sind doch viele Orgern. Ja, die, 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 die da das Ding gebaut hat. Ja, wie heißt die denn? Wie, 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 wie geht's an? Mit B geht's an. Mit B geht's an. Mit B geht's an. Ja. Mit B geht's an. Ja. Noch. Mit B. Mit B. Ja. Da kannst du den Namen nicht sagen. Ja. Soll ich ihn dir sagen. Nein. Barbara Weigand. Barbara Weigand. Und wer ist das? Nein. Die Barbara, die Barbara Weigand wird Anneliese helfen. Dieитеhnen. Sie sprechen gehen. Neue- deux-De-De-De-De-De. Sie sprechen gehen. Die hat gewählt. Sieanbul nuestra dokter. Je勃 ди aqui. Das ist ein hat sich angegriffen. Beide die messenger. Ja. Ja, ich bin der Heilige, ich bin der Heilige. So, wir klacken dich in Ruhe. Nee, wir haben nie Ruhe. Bei uns geht's keine Ruhe. Warum macht sie keine Ruhe? Warum waren wir da unten? Du? In der Hölle? Nee. In der Hölle? In der Hölle? In der Hölle? Nee! In der Hölle? Und in die Hölle? In der Hölle der Hölle. Wir können es ja ganz anders haben. Wir können es anders haben. Wir haben Freiheit entschieden. Wir haben Freiheit entschieden. Wir können es anders haben, wir wollen es. Es geht um die Kirche in Tschippach und um die Sache Barbara Weigand, die die Kirche gebaut hat. Was ist die denn? Warum fühlst du, dass die Kirche an die Kirche gebaut hat? Ich schreie den Schiff an, meinst du? Ja! Aber ich schreie ihn nieder. Wenn es dir der Herrgut erlaubt hat, aber die sind mächtiger wie du. Der Mächtige, der eucharistische Heiland ist mächtiger wie du. Der eucharistische Jungfrau ist mächtiger wie du. Und weil sie roten hat, sie hat so schossen, sie hat es von mir. Im Namen des dreifaltigen Gottes sag die Wahrheit. Im Namen des dreifaltigen Gottes gefehle ich dir, sag die Wahrheit. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller frohesten Jungfrau Maria sag die Wahrheit. Im Namen des dreifaltigen Gottes.